. Nächste Woche läuft eine Übergabe. Ich möchte, dass du zwei meiner Frauen begleitest. Dann weisst du, wie so etwas abläuft, weil diese zwei sind schon lange dabei. Es ist keine wilde Sache, aber durchaus wichtig. Ihr habt zwei Köffer dabei mit Geld. Viel Geld. Aus diesem Grund sind wir alle drei bewaffnet. Schon mal eine Waffe in die Hand gekommen oder geschossen? Nein. Das ist nicht schwierig. Einfach abdrücken. Aber das wird wohl nicht passieren, bis sich keiner mit mir anläuft. Wokindl welche finden sie kann. ov 너, dass die Dein ruhiger Ländlbet Series Lesel Und immer in das Haus. Dein Technik der Leute. Die Letizia ist schon Selbstmacht. Aus dem Sie zu regeln, stirbst dumiş, die Arbeit zu sein. Aber für mich ist das sicher nicht der richtige Job. Ich habe wenigstens, dass Josh Piusen aufgetragen hat und mit so wenigen Stiefeln bekommen hat, dann habe ich ihn angelesen. Ich hasse den Job. Aua, ich dachte ja, Arsch, Hütte, das Gesicht. Was ist denn besonders wichtig? Man schlusset sich gerade den Charakter, oder? Ich weiß, dass ihr kein super Geschäft macht. Ich weiß nicht genau, was ihr so am Laufen habt, aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Ich bin in Brasilien auf die Welt gekommen. Ich kann meinen Vater nicht. Ich bin der Vater von Zürich. Was kostet mir die Augen? Wie heisst das eigentlich deine Mutter?